Die Staatsanwaltschaft in Berlin hat das Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann eingestellt. Das hat die Behörde bestätigt heute. Was bedeutet das für die Vorwürfe gegen die Band aus Mecklenburg-Vorpommern? Moin zu NDRMV Live. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, von den Vorwürfen habt ihr sicherlich gehört. Die sind ja seit Monaten im Raum. Es geht um diesen Mann hier mit Wurzeln aus Mecklenburg-Vorpommern, Till Lindemann, der Frontsänger der Rockband Rammstein. Einige Frauen haben sich zu Wort gemeldet, vor allem im Internet, ihm vorgeworfen, dass er sich an ihnen auch sexuell vergangen haben soll. Wir haben darüber berichtet, der Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Auch andere Medien haben darüber berichtet. Und jetzt wurde eben das Verfahren gegen ihn eingestellt, zumindest das strafrechtliche Verfahren. Darüber wollen wir reden mit Daniel Drepper, dem Leiter des Rechercheverbundes von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Daniel, was bedeutet das erstmal ganz allgemein, dass dieses strafrechtliche Verfahren eingestellt wurde? Ja, hallo, vielen Dank für die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Das ist so, dass die Staatsanwaltschaft schreibt in ihrer Presseerklärung, dass sie keine Anhaltspunkte gefunden hat. Das heißt, sie haben den Verdacht, der hat sich nicht erhärtet. Und sie schreiben aber auch direkt dazu, dass es daran liegt, dass sie keine Möglichkeit hatten, mit Menschen zu sprechen, die strafrechtliche Vorwürfe machen. Es haben sich einfach keine Frauen gemeldet, die konkrete strafrechtliche Vorwürfe machen können oder gemacht haben. Die Anzeigen waren ja von Dritten gestellt worden, also nicht von mutmaßlich betroffenen Frauen selbst. Und dann hat die Staatsanwaltschaft einfach keinen Zugang gefunden zu mutmaßlich Betroffenen und musste deshalb offenbar jetzt aufgrund fehlender Anknüpfungspunkte dieses Verfahren einstellen. Und das, wenn man das so sagen möchte, feiert Till Lindemann jetzt und hat durch seine Anwälte auch verkünden lassen, dass es also eben doch keine Grundlage gab für diese schwerwiegenden Vorverurteilungen in den sozialen Medien gegen den Mandanten, also gegen Till Lindemann. Die werten das als Gewinn für sie. Wie schätzt du das ein? Ja, mir ist wichtig, dass man diese beiden Dinge trennt. Man muss sie trennen. Das eine sind die strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die Arbeit der Staatsanwaltschaft, das andere ist unsere Arbeit. Wir haben Gespräche geführt mit Menschen, mit mutmaßlich betroffenen Frauen, die uns ihre Schilderungen geschildert haben. Die haben wir im Rahmen der Verdachtsberichterstattung veröffentlicht. Das ist ein presserechtliches Verfahren, was jetzt auch geführt wird ja. Also die Anwälte von Till Lindemann und auch anderen Bandmitgliedern sind ja gegen unsere Berichterstattung vorgegangen und da gibt es ja auch Verfahren, die laufen. Das hat aber nichts mit den strafrechtlichen Ermittlungen zu tun. Das sagt die Staatsanwaltschaft ja auch, dass sie es nicht geschafft haben, mit den Frauen zu sprechen, die sich bei uns geäußert haben. Und wir sind natürlich als JournalistInnen zum Quellenschutz verpflichtet und geben jetzt nicht irgendwelche Namen weiter, sondern die Frauen müssen selbst wissen, ob sie mit der Staatsanwaltschaft sprechen wollen oder nicht. Und wenn sie das nicht tun, dann tun sie das nicht. Das hat aber jetzt nichts mit der Richtigkeit oder der Rechtmäßigkeit unserer Berichterstattung zu tun. Aber es ist ja auch ein bisschen vertrackt, du steckst natürlich total im Thema und wenn man auch versteht, wie dieses System funktioniert, dann weiß man, wenn, nur weil das Gericht diese Ermittlungen einstellt, heißt das ja nicht zwingend, dass jemand frei von Schuld ist. Aber nach außen hin könnte das natürlich so wirken, oder? Also was bedeutet das eigentlich für diese ganze Debatte? Wenn ich als Außenstehender jetzt höre, also jetzt verkürzt gesagt, das Gericht hat Till Lindemann freigesprochen, die ermitteln nicht weiter, dann könnte ich ja verkürzt auch denken, also ist an den ganzen Vorwürfen nichts dran. Und was bedeutet das dann ja für die ganze Debatte? In meinen Augen ist das ja schon lange eigentlich eine MeToo-Debatte, die wir aus Hollywood kennen, aber jetzt eben in der Musikszene. Oder ist das dann somit auch alles vom Tisch gewischt? Wie schätzt du das ein? Ja, also erstmal ist es natürlich wichtig, dass man klar macht, dass es kein Freispruch ist, sondern die Ermittlungen wurden eingestellt, weil es keine mutmaßliche Betroffenen gab, die sich mit strafrechtlichen Vorwürfen geäußert hätten. Und klar ist es für eine Debatte so, dass jetzt die Kanzlei von Till Lindemann das nutzt, dass Menschen nutzen, die von Anfang an gesagt haben, diese Vorwürfe sind alle Quatsch, das stimmt alles nicht. Und jetzt hat auch die Staatsanwaltschaft auch noch ihr Verfahren eingestellt. Für mich stellt sich das natürlich anders dar. Ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen, die sich mit uns ausgetauscht haben über ihre Erfahrungen, die gesagt haben, mir ist da was passiert und wir haben darüber berichtet und wir werden auch weiter recherchieren und darüber berichten. Aber klar, diese sehr große öffentliche Debatte, die fast schon so eine Art Kulturkampf war in den vergangenen Wochen und Monaten, für die ist es natürlich schwierig, wenn dann solche Dinge nicht gut auseinandergehalten werden können, weil natürlich auch nicht jeder tagtäglich damit beschäftigt. Aber, das hast du ja auch gesagt, ihr bleibt weiter an dem Thema dran. Ihr habt ja auch Kontakte zu betroffenen Frauen, die ihr schützt, die sind ja journalistisch dann logischerweise geschützt, aber das heißt, ihr werdet weiter ermitteln und wenn ihr da auch neue Sachen rausfindet, dann natürlich auch wieder in die Berichterstattung gehen. Das heißt, es kann sein, dass das zwar vor Gericht erstmal keine weitere Rolle spielt, wir aber weiter auch mit neuen Fällen davon berichten werden. Ja, zwei Sachen sind, glaube ich, wichtig. Das eine ist, so ein Strafverfahren kann ja jederzeit wieder aufgenommen werden. Das heißt, wenn sich jetzt eine der mutmaßlich betroffenen Frauen entschließt, sich doch noch bei der Staatsanwaltschaft zu melden oder eine der Frauen, vielleicht eine weitere Person, mit der wir noch gar nicht gesprochen haben, mag es ja vielleicht auch noch geben, dann kann das jederzeit wieder aufgenommen werden. Das heißt nicht, dass das jetzt auf jeden Fall vorbei ist, es ist nur derzeit eingestellt. Und das zweite ist absolut richtig, wir recherchieren weiter, wir recherchieren ja auch nicht nur zu Rammstein, sondern auch darüber hinaus, zur Musikindustrie insgesamt, zu Gewalt und Machtmissbrauch. Und wenn wir da was haben, wenn die Recherche so weit ist, dass man da was veröffentlichen kann, dann veröffentlichen wir auch. Dafür werden wir bezahlt, das ist ja unsere Rolle. Und die Veröffentlichung, die bekommt ihr dann natürlich auch hier bei uns mit Daniel Drepper vom Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Danke dir für die Zeit und für die Einordnung. Super. Und ich habe es ja auch schon gesagt, natürlich halten wir euch auf dem Laufenden und zwar auf unseren Seiten auf ndr.de-mv und in der kostenlosen App von uns. Da findet ihr jetzt auch schon eine Chronologie zu den ganzen Vorwürfen, die es gibt gegen die Band und kommentieren und diskutieren könnt ihr das Ganze natürlich bei uns auf unseren sozialen Medien. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.